Ja, guten Morgen. Ja, ich muss mich erstmal wieder hier einrichten irgendwie. Es ist gefühlt eine Ewigkeit her seit dem letzten Happy Morning. Dabei lag nun noch ein Wochenende dazwischen, aber in meinem Fall war ich eben das ganze Wochenende auf Fortbildung und dann war das so viel und intensiv und ja, einfach so ein Mega-Wochenende und deswegen ist es echt schon eine gefühlte Ewigkeit her, seit wir uns hier wieder gesehen haben. Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Was lustig ist, ich habe gestern Abend auf Instagram gepostet, dass heute ja wieder Happy Morning ist um sieben und habe eine Abstimmung dazu gemacht, wer dabei ist und habe jetzt gerade eben nochmal kurz geguckt und 100% sind nicht dabei. 100% haben diesen schlafenden Smiley angeklickt. Gut, in dem Fall waren jetzt 100% auch nur die vier Menschen, die jetzt schon geklickt haben, aber ich dachte mir dann, ach, wie lustig, so diese Schlafnasen und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr hier live dabei seid. Also in dem Fall schon mal von Herzen vielen Dank. Ja, gut, schön, eine neue Woche. Das ist eine kurze Happy Morning Woche. An der Stelle nochmal den Reminder, die kleine Erinnerung, dass wir nur Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Happy Morning haben, am Freitag nicht mehr, weil ich am Donnerstagabend ja dann nach Bali fliege und dann sind erstmal so ungefähr zwei Wochen Pause, weil ich in der Zeit in Bali bin oder auf Bali bin. Und in der Zeit könnt ihr mir natürlich auf Instagram folgen und es wird auch Podcast-Folgen dazwischen geben. Also das werde ich jetzt noch soweit vorarbeiten wahrscheinlich, dass es dann einfach da online gehen kann und werde auch soweit die Sachen dabei haben. Also falls ich spontan zwischendurch Lust und Zeit habe, irgendwie was zu machen, dann mache ich das auch. Aber ich möchte ansonsten diese Zeit, die ich da vor Ort bin, relativ frei gestalten können. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, in der Zeit dann kein Happy Morning zu machen, weil ich einfach auch gar nicht weiß, wie ich da unterwegs bin und wie Internet ist und so weiter. Also faktisch habe ich ja dann kein Internet ohne Hotel. Deswegen genau mal gucken. Gut, das nur so viel vorweg. Heute starten wir mit einer kleinen Atemübung in den neuen Tag. Und diese Atemübung ist, ja, ist so ein, man kann die bezeichnen als kleine Wechselatmung. Also im Yoga oder auch in anderen Kulturen oder in anderen, wie auch immer man das nennen möchte, Philosophien vielleicht, gibt es ja einfach auch verschiedene Atemtechniken. Das sogenannte Pranayama, habe ich ja schon öfters auch erzählt. Und die Wechselatmung ist eben so eine ganz, ganz klassische yogische Atmung. Der Grund, warum man die macht, ist, man stellt sich vor, dass im Körper eben ganz, ganz viele Energiebahnen fließen. Also aus dieser yogischen Sicht sind es ungefähr 72.000. Die fließen eben im ganzen Körper, überall. Und es gibt zwei Hauptenergiekanäle, nämlich Ida und Pingala. Die haben ihren Ursprung so im Beckenbodenbereich, um es mal ganz grob zu sagen. Und die schlängeln sich dann so über die Wirbelsäule, beziehungsweise über die feinstoffliche Wirbelsäule, sage ich jetzt mal. Also diesen feinstofflichen Wirbelsäulenkanal, der nennt sich Shushumna. Darum eben nach oben. Und treten an der Nase aus. Also Ida tritt dann auf der linken Seite aus und Pingala tritt auf der rechten Seite aus. Und das Schöne oder der Vorteil für uns ist eben, dass wir dadurch diese Energien auch beeinflussen können. Und Ida steht dabei für das Weibliche, für das Passive, für das Empfangende, für die Mondenergie und Pingala eher für das Männliche und Aktive und Gebende und für die Sonnenenergie. Und die Wechselatmung bedeutet eben, dass wir abwechselnd durch die linke und rechte Seite ein- und ausatmen. Und dadurch eben diese Energien möglichst ins Gleichgewicht bringen. Und bei der ganz klassischen Wechselatmung, bei der sogenannten Anuloma-Viloma, die machen wir auch mal irgendwann, da wird zwischendurch die Luft eben noch angehalten. Also da gibt es eben zwischendurch diese kleinen Atempausen, diese sogenannten Kumbakas, die wir ja auch schon hier im Happy Morning mal besprochen und auch gemacht haben. Und jetzt heute bei der sogenannten Nadi Shodana. Also Nadi bedeutet eben diese, bedeutet übersetzt Energiekanal. Also die ganzen verschiedenen Nadis sind die verschiedenen Energiekanäle. Und Nadi Shodana ist eine Art Reinigung der Energiekanäle. Und genau das ist eben das, was wir heute machen, eine sogenannte einfache Wechselatmung, wo wir eben durchaus links, rechts ein- und ausatmen. Und das Einzige, was wir eben nicht machen an der Stelle ist, dass wir diese Atempausen einhalten. Genau, so viel Theorie vorneweg. Und ich überlege gerade, ob es noch was zu sagen gibt. Genau, ihr könnt dann nachher die linke Hand einfach so auf euer Knie legen. Also Daumen und Zeigefinger dürfen sich berühren, aber die Hand kann so ganz locker auf dem Knie liegen, ganz entspannt. Und mit der rechten Hand werden wir dann die Nasenlöcher jeweils zuhalten. Und dazu klappen wir dann Zeigefinger und Mittelfinger an, dass wir so in diese Position kommen. Das sogenannte, ich glaube, das Vishnu-Mutra ist das. Und dann ist es so, dass die rechte Seite immer mit dem Daumen zugehalten wird und die linke Seite immer mit dem Ringfinger. Und dann ist das hier so ein kleines Wechselspiel mit dem Zuhalten. Das wird dann ziemlich einfach. Genau, das ist nachher diese Handhaltung, die wir dazu brauchen. Aber das werde ich euch auf alles direkt anleiten. Und ihr dürft euch jetzt schon mal ganz bequem hinsetzen. Auf dem Stuhl, auf dem Boden, auf dem Sofa, also wo auch immer euch das für euch jetzt gut sich gut anfühlt. Und ja, könnt einfach hier den Sitz eurer Wahl finden, den Schneidersitz, kreuzbeinigen Sitz, die Füße vom Stuhl nach vorne oder wie auch immer. Richtet euren Oberkörper auf. Ihr könnt hier zwei, drei Mal mit den Schultern kreiseln. Und ihr könnt hier auch gern mal die Augen schon an dieser Stelle schließen. Ihr könnt dann eure Sitzbeinhöcker hineinspüren. Vielleicht nochmal ganz leicht hin und her wackeln und euch mit euren Sitzbeinhöckern verwurzeln, in die Unterlage, in den Boden sinken lassen. So, dass ihr ganz gleichmäßig auf beiden Sitzbeinhöckern sitzt. Den Oberkörper aufrichten, Schultern gern nochmal nach oben, nach hinten, nach unten kreiseln und dann tief sinken lassen. Schieb dein Brustbein nach vorne, öffne hier den ganzen Brustkorb, den ganzen Herzbereich und bring dann den Bauchnabel ein bisschen Richtung Wirbelsäule, damit du nicht in so einem starken Hohlkreuz sitzt, sodass die Wirbelsäule sich möglichst natürlich wölben kann. Stell dir vor, wie an deinem Kopf, an der Spitze deines Kopfes eine Schnur oder ein Faden dich ganz leicht nach oben zieht und deinen Nacken, deinen Halsbereich ein bisschen verlängert und lass dann deinen Kinn ganz, ganz, ganz leicht nach vorne sinken. Und nimm hier erst mal zwei, drei tiefe Atemzüge. Du kannst für dich jetzt auch nochmal gucken, ob deine Nase frei ist. Und falls es nicht ist, dann kannst du die vielleicht auch nochmal schnäuzen oder ein bisschen frei schniefen, denn die brauchst du jetzt gleich. Dann leg deine linke Hand auf dein linkes Knie oder auf den linken Oberschenkel und Daumen und Zeigefinger dürfen sich ganz sanft berühren. Ganz unangestrengt, die Finger dürfen sich ganz natürlich hier wölben. Und die rechte Hand legst du auf dein rechtes Knie oder auf den rechten Oberschenkel. Du kannst jetzt an der rechten Hand schon den Zeigefinger und den Mittelfinger einklappen. Und atmest du nochmal tief ein und aus. Und hebst dann die rechte Hand mit den eingeklappten Fingern, also Zeige- und Mittelfinger eingeklappt und bringst dann den Daumen an dein rechtes Nasenloch. Atmest auf der linken Seite ein. Und bringst dann deinen Ringfinger an die linke Seite, an das linke Nasenloch und atmest rechts auf. Auf der rechten Seite einatmen. Die Hand wechselt, also der Daumen verschließt rechts. Wir öffnen links, atmen links aus. Und so geht es jetzt immer weiter. Links einatmen. Fingertauschen, rechts ausatmen. Rechts einatmen. Fingertauschen, links ausatmen. Und du hast dadurch immer ein Nasenloch gerade verschlossen, das andere ist offen. Links einatmen. Fingertauschen, rechts ausatmen. Rechts einatmen. Fingertauschen, links ausatmen. Und falls dir das in meinem Atemrhythmus jetzt hier zu schnell oder zu langsam ist, dann kannst du auch einfach in deinem eigenen Atemrhythmus weiteratmen. Links einatmen. Fingertauschen, rechts ausatmen. Rechts einatmen. Fingertauschen, links ausatmen. Links einatmen. Fingertauschen, rechts ausatmen. Rechts einatmen. Fingertauschen, links ausatmen. Fingertauschen, links ausatmen. Links einatmen. Fingertauschen, rechts ausatmen. Falls du zwischendurch das Gefühl hast, es geht gar nicht mehr für dich, dann sink einfach mit beiden Händen auf die Knie und atme ganz normal weiter. Rechts einatmen. Fingertauschen, links ausatmen. Oder du kannst einfach gedanklich durch die jeweilige Seite ein- und ausatmen. Links einatmen. Fingertauschen, rechts ausatmen. Rechts einatmen. Fingertauschen, links ausatmen. Links einatmen. Fingertauschen, rechts ausatmen. Rechts einatmen. Fingertauschen, links ausatmen. Noch eine Runde. Links einatmen. Fingertauschen, rechts ausatmen. Rechts einatmen. Fingertauschen, links ausatmen. Und lass dann die rechte Hand auf dein rechtes Knie oder auf den rechten Oberschenkel sinken. Und kannst auch hier nochmal Daumen und Zeigefinger sich berühren lassen. Und ja, so einen kleinen Moment hier einfach nachspüren. Durch beide Nasenlöcher atmen. Und dann... Und dann leg jetzt deine Hände vorm Brustkorb zusammen. Also die Handflächen, die Handinnenflächen aneinander. Und du darfst gern mit deinem Daumen so ganz leicht an deinen Brustkorb stoßen. Das sogenannte Anjali-Mutra. Die Geste, die wir ja auch bei dem Namaste-Kruß machen. Und lass deinen Kinn ganz leicht Richtung Brust sinken. Und geh hier jetzt noch für einen kleinen Moment in deine tägliche Dankbarkeitsrunde. Zähl dir jetzt die Dinge auf oder geh wirklich in das Gefühl für die Dinge, für die du jetzt gerade dankbar bist. Und auch für die Dinge, für die du noch dankbar sein wirst. Die Dinge, die noch passieren werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann atmen wir jetzt einmal tief ein und aus. Und noch einmal ein- und ausatmen. Du kannst die Hände lösen. Beginn mit deinen Schultern zu kreiseln. Du kannst auch gerne deine Hände ein bisschen bewegen und kreisen. Atme tief ein und aus. Spür wieder in deiner Sitzbeine, die Verbindung war von deinem Körper zu deiner Unterlage. Atme ein, heb die Arme nach oben, reck dich, streck dich. Warte dich ganz lang oder gerne auch gerne, wenn du magst, mit der Ausatmung. Und atme ein und mit der Ausatmung öffne deine Augen. Und dann sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Ihr Lieben, das war ein kleiner Einblick in die einfache Wechselatmung in Nadi Shodana. Und das könnte man natürlich viel länger machen. Ich habe es jetzt nicht so lange gemacht, weil ich auch nicht immer weiß, wenn jemand es noch nie gemacht hat, wie anstrengend das dann ist. Und weil ich es auch nicht zu sehr hier in die Länge ziehen will. Aber es wird in den Büchern häufig empfohlen, solche Atemtechniken mindestens zehn Minuten zu machen, tendenziell eher länger. Also man könnte das durchaus auch 20, 30 Minuten machen, mit einer gewissen Übung natürlich. Also jetzt nicht von 0 auf 100 hinsetzen und direkt, so jetzt eine halbe Stunde mache ich hier Pranayama. Aber im Laufe der Zeit kann man sich da durchaus ein bisschen steigern. Und wenn ihr dann zwischendurch für euch vielleicht das Gefühl habt, jetzt seid ihr irgendwo durcheinander gekommen, dann auch gar nicht weiter Gedanken drüber machen, einfach weitermachen. Und das wird im Laufe der Zeit einfach sich automatisieren. Und vielleicht habt ihr auch festgestellt, dass die eine Nase immer ein bisschen freier ist wie die andere. Das Interessante ist, im Laufe des Tages wechselt sich das mehrmals. Also wenn ihr im Laufe des Tages es öfter machen würdet, dann könntet ihr wahrscheinlich feststellen, dass eben mal die eine und mal die andere Seite offener ist, beziehungsweise eben mehr geschlossen ist. Und das ist einfach normal. Und durch solche Techniken hat man da einfach auch ein größeres Augenmerk drauf, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für solche Sachen, die im Körper einfach ganz natürlich passieren. Und ja, der Gedanke ist eben, wie gesagt, dass diese Energiebahnen dadurch gereinigt werden und durch diese Wechselatmung auch ein Stück weit ins Gleichgewicht gebracht werden. Sowohl im übertragenen Sinne männliche, weibliche Anteile, aber auch eben aktiv, passiv, also diese ganzen Polaritäten. Und passend dazu fällt mir jetzt gerade spontan auch echt ein, gab es am Wochenende ja auch die neue Podcast-Folge, die handelt vom Geben und Nehmen. Und das würde auch sehr gut in diese Thematik passen von dem Geben und Nehmen, also andersrum, Geben und Nehmen. Und wo es eben darum geht, dass die Dinge immer so im Gleichgewicht sein sollten, dass die eben ausgeglichen sein sollten, damit einfach das ganze Gleichgewicht auch noch mehr stimmen kann. Genau. Gut, ihr Lieben, so viel dazu. Ich glaube, das war es für heute. Genau. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder sehen. Ich freue mich, wenn ihr euch auf anderen Kanälen auch mit mir verbindet. Und auf Instagram, wie gesagt, bin ich eigentlich am aktivsten grundsätzlich. Ansonsten kann ich euch auch sehr empfehlen, euch mein Newsletter einzutragen. Dann gibt es einmal die Woche Seelenpost. Man kann sich natürlich überall jederzeit austragen. Also es ist auch kein Spam und ich schicke da nicht dauernd irgendwelche Nachrichten, sondern normalerweise gibt es eben einmal die Woche was. Und ja, ich freue mich einfach, wenn wir morgen wieder gemeinsam in den Tag starten, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch jetzt schon mal eine wunderschöne Woche. Und ja, bis morgen. Alles Liebe für euch. Namaste. Ich wünsche euch jetzt mal eine Wunderschöne Woche.